Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Schachmatt.TV. Was ist die Angriffseröffnung, die ich euch hier empfohlen habe und auch schon oft gespielt habe mit Weiß? Kollezuckertort. Ja, das ist wirklich eine kranke Eröffnung, mit der ihr wahrscheinlich, wenn ihr sie schon angewandt habt, auch einige schöne Martangriffe feiern konntet. Genau solche typischen Methoden und Königsangriffsideen, die ihr vielleicht auch noch gar nicht kanntet, werdet ihr in diesem Video sehen. Ich hoffe, es wird spannend für euch und die Analyse diesmal ist auch krank, weil es gab einige schöne Möglichkeiten. Für beide Seiten auf jeden Fall wird es spannend und schachlich wird es sich auch lohnen. Macht's gut und viel Spaß beim Video. Am Brett erstens D4, D5 und an dieser Stelle können wir vieles Verschiedenes machen, zum Beispiel Damen-Gambit, Londoner-System oder Springer F3. Das hält die Option relativ flexibel. Wir können jetzt zum Beispiel C4 spielen oder auch den Zug E3. Was für ein komischer Zug. Sperrt den Läufer ein. Ihr werdet, die Leute, die schon länger dabei sind, werden wahrscheinlich wissen, was jetzt kommt. Läufer D3. Okay, der Läufer steht gut, das ist offensichtlich, aber was machen wir mit diesem hier? Und die Antwort darauf ist, wir stellen den nach B2. Das Kollezuckertort-System. Findet ihr ziemlich viele Videos dazu auf diesem Kanal. Läufer B2. Und der Plan ist, dass dieser Läufer, seine Reichweite aktuell, ist noch nicht besonders überzeugend, aber die wird im Verlauf bestimmt noch erhöht. Ja, Läufer D6 an dem Punkt. Hier spiele ich direkt Springer E5. Meine Idee ist es, mit F4 zu spielen. Und ja, häufig wollen wir Königsangriff spielen, weil also die Figuren zielen perfekt Richtung König. Kann aber auch sein, dass wir, je nachdem, in manchen Stellungen auch mal C4 spielen und dann hier einfach öffnen. Unsere Figuren sind nicht schlecht platziert. Ich würde erstmal Springer D2 spielen. Sinnvoller Entwicklungszug. Eventuell auch F4 und Springer F3. Und wenn der Bauer auf F4 steht, können wir nach der kurzen Ruchade auch den Turm über F3 nach H3 stellen und den mitkämpfen lassen. Grundsätzlich ist in dieser Stellung hier eigentlich die Welt in Ordnung. Ist sehr harmonisch für Weiß, aber man muss eben fairerweise dazu auch sagen, also das hier soll ein ernsthaftes Schachmedium sein, wo ihr hier keine aufgeblasene Meinung kriegt. Die Stellung ist natürlich ungefähr ausgeglichen. Also Schwarz hat hier eine Hauptvariante gespielt, macht jetzt sehr extrem Druck am Damenflügel. Und ja, wir spielen am Königsflügel. Das sind relativ ausgeglichene Chancen. Schwarz hat auch alle Leichtfiguren rausgestellt. Und ja, jetzt müssen wir uns ein bisschen drüber Gedanken machen, wie gefährlich der Zug C4 ist. C4. Und die Frage ist, ob unser Läufer hier. Also den wollen wir eigentlich nicht runterstellen von dieser Diagonale. Wir könnten zum Beispiel Springer G4 spielen und auf C4 einmal den Springer tauschen. Aber das bringt auch nicht viel. G4. Also wenn ich jetzt ein bisschen mehr Zeit hätte, würde ich G4, G5 spielen. Aber grundsätzlich wollen wir jetzt also den Läufer auf der Diagonale lassen. Wir könnten also sehr gut überlegen, C3 zu spielen. Und ich glaube, ich werde das hier auch spielen. Sieht super komisch aus. Basti, was tust du deinem B2-Läufer an? Ja. Ist aber gerade wirklich für einen höheren Zweck. Weil wir haben hier schon relativ gute Angriffschancen. Weil auch der Bauer F4 schon gespielt ist. Wir können den Turm ins Spiel bringen. Wir können G4, G5 pushen. Dann Springer zieht. Läufer schlägt H7. Mit Dame H4. Alles, äh, Dame H5. Alles Ideen. Ja. Ihr wundert euch vielleicht, warum spielst du mit so wenig Zeit? Ja, das letzte Video war meiner Meinung nach ein echt, echt starkes Video. Da hat aber über eine Stunde gedauert. Und wurde also super schlecht geklickt. Deswegen ist es hier mal ein bisschen zu Testzwecken. Ein Video mit 5 plus 5. Wobei ich, glaube ich, auch noch sehr viel erklären kann. Ja, einfach mal schauen, wie es so ankommt. Wie da die Klickstatistiken aussehen. Ich weiß, viele von euch mögen das mit mehr Zeit mehr. Aber es soll eben den meisten Leuten gefallen. Und ja, wir werden sehen, wie es ankommt. Ich gebe mein Bestes hier, den Inhalt möglichst so zu gestalten, dass viele was lernen können. Liked auf jeden Fall und abonniert den Kanal, wenn es euch gefällt. Ja, G5 ist der Kandidatenzug. Sagen wir, es kommt Springer D7. Und dann müssten wir Läufer schlägt H7 rechnen. Das sieht, das kann ich jetzt schon sagen, dass es interessant aussieht. Aber ich glaube, wir haben auch Dame H5 mit Matten. Die sich nur so richtig durch G6 parieren lässt. Dann haben wir Springer schlägt, Bauer schlägt, Läufer schlägt, Dame schlägt Schach. Und das Problem ist immer, dass die Dame dazwischen kann. Wobei, wenn der Springer auf D7 steht, nicht wirklich. Sehr interessante Stellung. Wir könnten auch, okay, den Zug spiele ich sowieso. Der Bauer ist ein sehr guter Angreifer, macht dem Läufer Platz. Wir könnten uns auch überlegen, erstmal Turm F3 zu spielen. Ganz entspannt. Und dann ist es Läufer schlägt, also auch eine Mattenkombination. Aber ich glaube, auch hier schon Läufer schlägt, König schlägt, Dame schacht. König geht zurück und dann gibt es hier so viele Züge. Ich glaube, einfach Turm F3. Aber ich spiele direkt erstmal Turm F3. Aufgrund der Zeit halte ich es für sinnvoller, jetzt einfach solide, diesen Zug zu spielen. Jetzt Läufer schlägt H7 eine ganz schlimme Drohung, weil auf König schlägt. Turm H3 und Dame H5 sehe ich nicht, wie man das Mattenkombination verhindert. Und auf Läufer schlägt H7, König schlägt H7, Turm H3, ja, auch aus. Also, auf Läufer schlägt H7, König H8 und dann Turm H3, auch aus. Also, das hier ist auf jeden Fall eine Kolle-Zucker-Tort-Stellung, wie aus dem Bilderbuch. Genau das hatten wir eigentlich vor. Man sieht, der Läufer ist schwach, aber er hält ganz gut auch das Zentrum zusammen. Und potenziell, angenommen, wir kommen jetzt hier nicht weiter, könnten wir unsere Figuren auch wieder ein bisschen besser aufstellen. Mal versuchen, C4 durchzudrücken. Also, wir sind auch hier am Darmflügel gar nicht so schlecht. Natürlich ist Schwarz besser, weil Schwarz hat da viel mehr Raum. Ja, sehr spannende Partie. Was sollte Schwarz machen? Vielleicht F6 probieren, aber also, auf F6 passiert dasselbe. Also, wir nehmen auch raus, das ist auch Ende. F5 könnte vielleicht eine Verteidigungsidee sein. Ja, ich glaube, F5 ist so ziemlich der einzige Zug, den es überhaupt noch gibt. Ja, F5. Aber dann können wir zum Beispiel auch Passant schlagen, Springer schlägt zurück. Und wir haben auch sehr fetten Angriff. Aber vielleicht gibt es nach F5 was Besseres. Zum Beispiel... Ja, okay, F5. F5 sieht eigentlich... Also, wir haben immer noch Angriff, aber vielleicht wäre F5 ein Grund gewesen, einfach erst direkt zu schlagen und dann vielleicht dasselbe zu spielen. Ich glaube, Schwarz wäre auch zu langsam. Weil nach F5 müssen wir in der Realität wahrscheinlich nehmen. Ich muss überlegen, ob es Sinn macht, hier zuerst zu nehmen und die Dame noch ein bisschen abzulenken. F5. Problem ist halt eben, dass die... Dass die... Die Koordinator... Also, dass der Läufer dann nicht mehr auf F7 zeigt. Ja, bin ich sehr gespannt, was hier gleich aufs Brett kommt. Es kommt G6, okay. G6. Gibt es auch, okay. Das hätten wir uns alles erspart, wenn wir direkt reingehauen hätten. Aber G6 sieht für mich also ziemlich gefährlich aus, so zu spielen, weil... Jetzt sind noch ein bisschen Löcher entstanden. Unser schwarzfeldregier Läufer wäre jetzt zwar lieber... Also hier am König irgendwo hier drin, anstatt... Anstatt hinten auf B2. Aber... Ich meine, wir könnten auch mit H4, H5 spielen, ganz entspannt. Und hier wird der Angriff einfach weitergehen. Was eine gute Nachricht ist. Ich glaube, wir können auch entspannter spielen. Also... Und erstmal Turm H3. Dame E1 und Dame H4 spielen. Sieht vielversprechend aus. Oder H4, H5. Einmal Linie öffnen. Ich spiele Turm H3. Turm H3. Sehr logischer Zug. Und... Ja. Ich glaube, die eigentliche Drohung, oder vielleicht nicht die eigentliche, aber wir drohen eventuell auch Turm schlägt H7. König schlägt H7. Dame H5. Schach. Auf König G7 nochmal Schach. König geht nach G8. Oder König geht direkt nach G8. Und dann ist eben die Frage, ob wir... So... Springer schlägt G6 Drohnen. Bauer schlägt. Läufer schlägt. Mattdrohung auf H7. Und dann ist unser Läufer auch kurz davor ins Spiel zu kommen. Wenn wir euch einmal tauschen und vorziehen. Also... Ja. Interessante... Interessante Möglichkeiten, die diese Partie hier für uns hat. Wobei Dame E1, Dame H4 mir auch gut gefällt. Und Schwarz hat zwar hier ganz gute Figuren. Aber die sind irgendwie alle... Ja. Alle am falschen Flügel. Okay. Springer schlägt. Verstehe ich, warum... Schwarz das macht. Springer rausnimmt. Der kann jetzt nicht mehr auf G6 nehmen. Aber ich meine, für uns... Für uns bietet sich die Chance, entweder mit dem D- oder mit dem F-Bauer zu nehmen. Normaler wäre mit dem F-Bauern zu nehmen. Dann können wir auch noch über die F-Linie spielen. Zum Beispiel den anderen Turm aktivieren. Was mir aber auch gut gefällt, wer D schlägt. Weil wir dann also unsere Struktur vielleicht verbessern. Also der Läufer zieht. Der hat irgendwie auch nur ein Feld. Und dann ist der G-Bauer nicht schwach. Also wenn wir zum Beispiel mit dem F-Bauern spielen. Läufer E7. Dann müssen wir uns erstmal um den hier kümmern. Wobei... Ja, okay. Ich nehme so was. Ist heißer. Wir wollen auch heiß spielen. Der hier hängt. Also nach Läufer E7. Ziemlich forcierter Zug. Und Dame G4. Und unsere Drohung ist Dame H4. Und dann aktuell auf Dame H4. Ja, gibt es H5. Gut. Guter Zug. Den habe ich nicht gesehen. Aber auf Dame H5. H5 können wir... Hat Dame H4, H5 können wir nicht nehmen. Weil dann die Dame hängt. Okay. Was haben wir noch für Optionen? Wir könnten auch mit E4 spielen. Wir haben jetzt generell einfach keine schlechte Stellung. Weil wir haben sehr viel Raum. Könnten auch rein theoretisch einfach mal versuchen E4 zu drücken. Vielleicht auch... Also wir drohen nicht. Deswegen schlagen, schlägt. Und dann ist der Läufer aktiviert. Aber E4 sieht ganz interessant aus. Okay, Läufer D8 lässt die Dame wieder grundsätzlich hier hinschauen. Das verstehe ich ganz gut. Auf Dame H4 wird denke ich H5 kommen. Die Frage ist, ob wir das provozieren wollen. Also dann zum Beispiel einfach wieder normal weiterspielen. Könnte nämlich eine Möglichkeit sein. Oder ob wir erstmal ganz entspannt unsere letzte Figur ins Spiel bringen. Und wer diesen Kanal schon länger verfolgt, wird wissen, dass ich das häufig sehr gerne mache. Einfach Figuren verbessern. Das macht nicht nur ich so. Machen auch deutlich stärkere Spieler bewusst so. Und werben auch dafür. Weil es macht einfach Sinn, alle Figuren mitspielen zu lassen. Dame E7. E7. Okay, also macht jetzt sehr viel Druck auf G5. Mein natürlicher Zug wäre Turm F6. Aktiviert den Turm. Aber wir müssen kurz überlegen, ob jetzt hier Turm H4 besser funktioniert. Droht ziemlich übel zu nehmen. Also H5, irgendwie einziger Zug. Hat sich nicht viel verbessert. Okay. Wir könnten auch überlegen, Turm F3 zu spielen. Dame schlägt G5. Ich spiele Turm F6. Was drohe ich in der Stellung? Ich weiß es noch nicht hundertprozentig. Aber Turm schlägt H7. Sieht relativ gefährlich aus. König schlägt Dame Schach. Auf König G7. Wieder hier Schach. König geht nach G8. Also geht der König wahrscheinlich direkt nach G8. Weil die Dame steht auf H4 schlechter als auf H6. Und dann zum Beispiel Läufer schlägt G6. Und sieht sehr nach Ende aus. Weil wir drohen matt. Und auf Bauer schlägt Turm schlägt Schach. König F7. Also gefällt mir schon mal ganz gut die Idee hier. Turm schlägt H7 zu spielen. Aber sind wir ehrlich. Wir können auch einfach Dame H4 spielen. Und drohen matt. Und dann auf H5. Okay. Jetzt kommt dieser Zug. Auf dem wir nicht besonders viel machen müssen. Wir können also auch hier Dame H4 spielen. H5. Und schlagen. Schlägt den Läufer. Wir geben Schach. Okay. Müssen wir nicht unbedingt machen. Wir können einfach Turm schlägt H7 spielen. König schlägt Schach geben. König zieht nach G8. Hier war ich gerade schon mal. Läufer schlägt. Bauer schlägt. Turm schlägt. Okay. Wir haben ganz schön viel geopfert in der Stellung. Vielleicht unnötig viel. Okay. Ich nehme einmal raus. So. Einmal rausnehmen. Was soll Schwarz machen? Nimmt wahrscheinlich zurück. Und dann ziehen wir. Nehmen. Also hier lacht mich Dame H4 sehr an. Ich spiele aber trotzdem Läufer C2. Ganz ruhigen Zug. Und Dame H4. Also sehr simples Schach. Ich weiß hier hätte man bestimmt genauer spielen können. mit so wenig Zeit auf der Uhr. Also ich meine es ist jetzt für 5 plus 5 relativ normal. Okay. Vielleicht geht es hier besser. Also wir können nehmen. Ja. Wir nehmen auch. Das sieht schon gut aus. Wir haben jetzt einen Bauer mehr. Und weiter einen riesen Druck auf G6. Also ich denke mal Läufer schlägt. Okay. Dieser hier. Schach schlägt. Drohzüge schlagen. Bauer schlägt. G4 wird Drohnen auf jeden Fall. Läufer schlägt. Bauer schlägt. Dame schlägt. Schach. Einziger Zug. Oder Turm schlägt. Reicht auch. Turm schlägt. Bauer schlägt. Schach. K-König H8. Und die Dame deckt. Also ich sehe noch nicht ganz konkret. Aber die Drohungen sind ziemlich massiv. Also ich denke Turm G8 ist wahrscheinlich hier der genaueste Zug. Läufer schlägt. Okay. Wir können auch einfach hier Springer F3, Springer G5. Springer F3. Also was ich hiermit sagen will ist. Wir müssen jetzt nicht den schönsten Weg finden. Sondern wir müssen einfach nur einen Weg finden. Am Ende fragt niemand wie viele Züge es das Matt gedauert hat. Aber hier Schach. Einziger Springer schlägt F7. Völlig ausreichend. Oder Turm schlägt. Vielleicht noch ein bisschen genauer. Turm schlägt. Weil wir drohen die Dame zu nehmen und wir drohen Matt. Also Dame kann ich auf B2 nehmen. Also Dame schlägt. Springer schlägt mit Schach. Turm schlägt. Und wir haben Material mehr. Mit Angriff. Okay das ist. Oh oh krass. Mal wieder ein berühmter Einsteller. Weil dieses Schach hier nicht funktioniert. Hm. Okay. Das ist äh. Gar nicht so witzig. Aber okay. Ich schlag hier. Wir müssen jetzt äh. Hier kontrolliert. Bei der Sache bleiben. Ähm. Schlagt. Und es gibt verschiedene Züge. Die. Die mich locken. Also hier hätten wir ein Dauerschach. Schach geben. König zieht. Wieder Schach geben. Können wir schon mal wiederholen. Ähm. Okay. Ja wir wollen. Wir wollen keinen. Andromie. Ähm. H7. Wir sind nur ein Bauernwert unten. Das ist okay. Ähm. Hier gibt es einen Schach. Das ist äh. Da müssen wir denke ich den Läufer ziehen. Weil sonst. Schlägt ja mit Läufer mit Schach. Glaube ich nicht. Dass wir es geben wollen. Okay. Aber okay. Dame schlägt. Das schlägt direkt. Okay. Schach. König schlägt. Gleiches Material. Vorsicht. Sieht total gewonnen aus. Aber wir wollen nur möglichst kontrolliert gewinnen. Wir wollen jetzt hier. Okay. Aber das ist eine Mattkombi glaube ich. Die Schach. König schlägt. Schach. Schach. Und Matt. König G7. Okay. Das ist aus. Wegen Matt. Ja. Und wir hatten hier schon einen fetten Königsangriff. Aber ich glaube es wäre auch präziser gegangen. Also. Ähm. Gleich folgt natürlich eine spannende Analyse. Ähm. Aber jetzt ist also aus. Weil. A7 und F7. Egal wo der schwarze König sich lang bewegt. Ja. Coole Partie. Ähm. Und. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Falls ihr Bock habt. Auf äh. Gruppentraining. Mit mir. In Gruppen von Spielstärke. Circa 1000. Bis äh. DWZ. Elo. Gibt sogar einen. Der hat mehr. Ähm. Ähm. Schreibt mir einfach an die Mail. Die unten verlinkt ist. Und. Ja. Hausaufgaben sind mit inbegriffen. Jede Woche. Aufzeichnungen. Müsst nicht da sein. Und sind Kleingruppen. Also. Ihr könnt alles fragen was ihr wollt. Und. Ja. Könnt natürlich auch immer sonst Fragen stellen. Partien einschicken. Was auch immer. So. Willkommen in der Analyse. Am Brett. Kollezuckertort. Das ist ein Aufbau. Den können wir gegen sehr viel Schwarzes spielen. Die C5 machen eigentlich eher weniger Spieler. Also er hat jetzt 1840. Ähm. Chess.com Rating. Das ist schon deutlich über 2000 auf Leechers. Aber hier. Würde ich sagen. Spielen die meisten irgendwie mit C6 passiv. Das. Äh. Ist jetzt nicht. Nicht. Nicht eigentlich nicht so fordernd. Ähm. 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 Ne. Das mit C6 ist nicht so fordernd. Das mit C5 ist deutlich besser. Ähm. Und. Die Engine gibt hier Ausgleich. Also das ist das was ich vorhin eigentlich schon erwähnt habe. Ähm. Dass das. Also Schwarz hat hier Gegenspiel. Zum Beispiel auch am Damenflügel. Ähm. Ähm. Wenn ihr Schwarz seid. Ähm. Könnte man zum Beispiel auch überlegen. Frühläufer D7 und Turm C8 zu spielen. Damit erwischt man schon viele Weißspieler. Weil die Idee ist einmal zu tauschen und Sprenger B4 zu spielen. Dann droht man den Läufer zu nehmen. Und wenn der Läufer zieht eine Gabel oder irgendwie auf C2 zu nehmen. Das heißt immer. Sobald der Turm auf C8 steht. Und dieses Schlagen oder Sprenger B4 droht. Ähm. Sollte man dann A3 spielen. Gegen Sprenger B4. Nur so als Tipp habe ich schon in dem Theorie Video gesagt. Falls euch es gar nicht sagt. Schaut euch das Theorie Video an. Oder falls es an sich zu schwer ist. Was ich euch hier erzähle. Ähm. Schaut euch meinen Grundkurs an. Okay. Läufer D6. Ähm. Hier dieser Zug. Ähm. Springer E5. Das ist witzig. Weil das sagt. Ähm. Also. Chess.com nennt das hier eine Ungenauigkeit. Springer E5. Ähm. Ja. Hauptvariante hier. Ist. Ähm. Kurze Rohade. Aber auch gespielt wird Springer BD2. Der Springer E5. Ähm. Warum sagt. Chess.com das eine Ungenauigkeit ist. Ähm. Jetzt scheint anscheinend der Beste. Zug. Ähm. Zu sein. C schlägt D4. C schlägt D4. Und damit C7. Ähm. Dann hätte ich F4 gespielt. Und. Und kurz Rohade. Aber das. So. So könnte. Schwarz auch überleiten. Ähm. Ja. Und. Und. Hier. Zum Beispiel. Wenn ich jetzt einfach normal weiterspiele. Kurze Rohade. Ähm. Wieder dieser Trick Springer B4. Also das ist die Idee. Auch damit zu 7. Schaut hier wieder dahin. Deswegen sollte man hier statt Rohade erstmal A3 spielen. Und das ist hier so die Idee von dem Schlagen und damit C7. Ähm. So spielen relativ viele starke Spieler. Und modern in solchen Stellung ist jetzt dann auch direkt mit B5 zu kommen. Ähm. Um C4 noch perspektivisch zu verhindern. Wenn Weiß am Darmflügel. Ähm. Königsflügel nicht durchkommt. Ähm. Ja. Dann. Dann. Und wenn wir nicht C4 spielen können. Sind wir ein bisschen planlos. Aber einfach fertig entwickeln. Und also 0,0 ist die Stellung. Also auch nicht so schlimm. Aber ich denke das ist so eine der besten Varianten die Schwarz hat. Okay. Kurze Rohade. Ähm. Springer BD2. Läufer D7. Ähm. Ja. Das sind jetzt so Ungenauigkeiten bzw. Fehlerbestellung ist immer noch ausgeglichen. Ich würde sagen das ist relativ normaler Aufbau. Und wenn wir das jetzt hier ähm zu tief analysieren. Würden glaube ich äh würde es wäre es für viele hier nicht genug Mehrwert. Ich glaube das sind alles relativ normale Züge. BD5. Und jetzt hier in dieser Stellung ähm. Sagt die Engine als stärksten Zug. Ähm. Einmal tauschen. Ähm. Tauschen. Läufer schlägt. Und. In dieser Stellung dann Dame E2. Und. Ja. Da wäre ich relativ. Also. Was denkt ihr warum? Warum will die Engine das spielen? Also es ist bestimmt die beste Variante. Aber. Warum? Genau. Also um den Läufer auf BD2 zu befreien. Ähm. Sehr häufiges Motiv. Ähm. Das ist nur so. Also viele Kollezucker dort Spieler haben diese Möglichkeit gar nicht im Schirm. Dass man hier auch schlagen kann. Weil man immer so diesen gleichen Stiefel runterspielt. Mit Königsangriff. Ähm. Ähm. Aber das ist also auch häufiger Plan. Einfach hier die Läufer stehen gut. Einfach die zu. Die zu befreien. Und dann vielleicht auch Turm auf C und D Linie stellen. Und dann C4 pushen. Ähm. Könnte eine Idee sein. Nur so als Idee. Ähm. C3. Damit C7. G4. Guter Zug. Und ja. Läufer C8 war. War relativ passiv. Also das finde ich sieht man schon, dass er nicht so stark ist. Ähm. Als verpasste Gelegenheit. Weil nach G6 geht die Partie relativ normal weiter. Ich glaube hier hätte Schwarz sich auch noch verteidigen können. Ähm. Nach Läufer schlägt H7 aber nicht. König schlägt H7. Und. Der König ist so schlecht. Und wir haben immer noch den Riesenangriff. Und jetzt ist G6. Und jetzt sperrt den Läufer halt nicht aus. Da haben H5. König G8. Und jetzt Turm F3. Und es gibt hier eigentlich keine Verteidigung mehr. Weil Turm H3 ziemlich übel ist. Also. So F5 jetzt. Ähm. Ja. Läuft dann vielleicht auch in so G6 Ideen. Zum richtigen Zeitpunkt hinein. Oder. Ähm. Ja. Oder einmal tauschen. Turm H3. Es sieht alles gut aus. Ähm. Ja. Also G6 direkt nicht. Weil. Ähm. Ich denke Sprenger. F6. Und. Ja. Man hat denke ich immer noch ganz gutes Spiel. So. Dame H4. Ja. Die Engine sagt sogar. Auch dazu noch eine gewonnene Stellung. Ähm. Aber ich glaube am simpelsten einfach. Nehmen. Nehmen. Turm H3. Was macht man jetzt? Also. Drohung ist G6. Und Turm H8 matt. Und die Engine sagt. Besser zum Sprenger F6. Weil wie soll man sich sonst verteidigen? Sowas hier. Weglaufen. Funktioniert nicht. G6. Matt. Nur so als Beispielvariante. Das sind. Weshalb ich hier so drauf eingehe. Weil das sind solche häufigen Motive. In dieser Kollezuckertorte Eröffnung. Also. Ich spiele schon. Meistens ginge relativ starke Leute. Er war jetzt ein bisschen schwächer. Wahrscheinlich auch. Deutlich stärker. Als die meisten. Die hier zuschauen. Ähm. Also. Wie gesagt. Die ist mit deutlich mehr Wert. Als Leechs Rating hat. Auf Leechs bestimmt über 2000. Ähm. Ja. Und. Und das sind häufige Motive. Und ich will, dass ihr die auch. Auch in der Partie erkennt. Turm F3. G6. Turm H3. Ich gebe zu. Das war sehr ungenau von mir. Ich dachte im Blitz jetzt hier. Ähm. Will ich jetzt nicht umsonst opfern. Aber es. Also mit ein bisschen mehr Zeit. Sollte man es eigentlich unbedingt spielen. Ähm. Springer schlägt E5. F schlägt E5. Gut. Ähm. Läufer E7. Und. Ja. Interessanterweise sagt die Engine hier Ausgleich dazu. Weil. Ähm. Sagt Schwarz wird die Sache überleben. Und. Hat hier also aktuell eine gesündere Bauernstruktur. Der Läufer auf B7 wird nicht schlecht sein. Und hier. Ja. Also. Sie sagt Minus 0,08 dazu. Ist eigentlich ziemlich ausgeglichen. Aber. So. Wenn wir hier nicht durchkommen. Ist man schon lieber Schwarz. Glaube ich. Schwarz sieht ein bisschen solide aus. Auch hier. Möglichkeiten später im Damenflügel zu spielen. Aber. Also. Immer noch grob ausgeglichene Stellung. Ähm. Läufer D8. Turm F1. Bester Zug. Letzte Figur ins Spiel bringen. Dame E7. Und jetzt. Ist hier nach Turm F6 die Stellung verloren. C4. Und. Nehmen. Okay. Das war jetzt unnötig. Aber also. Schwarz hat sofort zurückgenommen. Ähm. Hätte sonst vielleicht noch ein bisschen verteidigen können. Aber jetzt. Ist hier. Ähm. Nach Dame H4. Einfach Schluss. Das ist interessant. Weil ich habe. Mit. Mit. H6. Äh. H5 gerechnet. Hm. Läufer schlägt G6. Bauer schlägt G6. Ah. Solche leichten Sachen. Also. Auf König Zug ist Matt. Auf die H-Linie. Und auf König F7. Einfach Dame schlägt H5. Und der König hat kein Zug. Kein Feld. Und dann. Ja. Können wir verschiedene. Auf verschiedene Artenweisen. Matt setzt. Gerade droht zum Beispiel Turm G7. Dame H7. Und bester Zug ist der. Aber dann nimmt man zum Beispiel. Und frisst die Dame. Okay. Hier. Also. Man sollte schon unbedingt. Das ist hier wichtig. Äh. Die direkten Versuche nehmen. Das ist eine Mattdrohung. Viel forcierter als einfach. Läufer C2 zu spielen. Aber ich dachte mir halt. Also. Die Stellung ist immer noch sehr gut. Ich habe nicht so viel Zeit. Und gewähne Krise kein. Aber jetzt in Analyse ärgere ich mich schon. Ähm. Dame H4. H5. Und jetzt. Also. H schlägt G6. Ist die Stellung ziemlich gewonnen. Ähm. Dame G4. Turm G8. Und. An dem Punkt glaube ich. War es dann auch relativ. Solide gespielt. Ähm. Hier. Turm schlägt F7. War eigentlich ein Überseher von mir. Dass ich dann keinen Turm. H7. Matt habe. Wenn man das sehen würde. Könnte man ganz leicht spielen. Zum Beispiel. Ähm. Einfach H7. Was macht der Turm? Sehr schwere Frage. Ich glaube auf. Auf G7. Ähm. Könnte man zum Beispiel. Läufer A3. Läufer F8 spielen. Es gibt nicht mehr so starke Verteidigung. Ähm. Ja. Oder also. Der Turm ist auch einfach relativ schlecht. So. Plus 10 sagt die. Ähm. Engine dazu. In verschiedenen Stellungen. Aber Läufer A3 ist ziemlich überzeugend. Weil. Was macht man gegen Läufer F8? Ich weiß es nicht genau. Zum Beispiel. Läufer E7. Aber dann. Springer F7 Schach. Einziger Zug. Und. Schach. Äh. Nicht Schach. Aber gleich. Gleich Matt. Ähm. Matt 3 sogar. Weil es gibt keine Verteidigung mehr gegen dieses Matt. Seit dem Turm G7. Ähm. Ähm. Dann frisst man aber und setzt auch Matt. Also das ist nichts was man jetzt im Blitz gesehen hätte. Aber zeigt wie problematisch Stellung ist. Also Stellung ist strategisch sehr schlecht für Schwarz. Und daraus entstehen dann taktische Möglichkeiten. Okay. Ähm. Damenschlägt B2. Ähm. Hier auf A7 zu nehmen war. War ein bisschen doof. Wegen Dame C1. Habe ich auch in der Partie dann gesagt. Muss ich leider Läufer D1 spielen. Ähm. Ja. Und dann wäre der Läufer nicht mehr auf dieser Diagonale hier gewesen. An der Stelle hier. Wäre H7 deutlich stärker gewesen. Weil auf Dame C1 in dieser Stellung Läufer D1, ähm. Der Turm noch im Spiel ist. Und sollte. Also Schwarz kann ich nehmen. Wegen dem hier. Zum Beispiel. Oder auch Springer schlägt Schach und dann mit Matt. Ähm. Also dieses Schlagen war hier unnötig. Weil das hat unnötig Zeit gegeben. Daran sieht man das eben kein forcierender, oder nicht so forcierender Zug. Weil es nicht mit Schach kommt. Aber zum Glück kam Springer schlägt A7. Und jetzt auf Springer F7 König H7. Springer G5 hier. Ähm. H7. Ähm. Hat Schwarz also nochmal geblendert. Und Dame schlägt C2 gespielt. Und dann haben wir das Matt gesehen. Das war sehr stark. Ähm. Neben, neben. Und auch Turm H8. Brillant von Chess.com. Natürlich eine schöne Taktik. Aber ja. Ist tatsächlich so auch ziemlich der einzige Zug, der gewinnt. Es ist einfach ein sehr forcierender Schachzug. Wäre hier König G7 gekommen. Ähm. Hätte man zum Beispiel einfach fressen können. Und wir haben eine Figur mehr und riesen Angriff. Stellung ist gewonnen. Aber man muss fairerweise auch dazu sagen, dass hier Dame schlägt C2 also sehr schlecht war. Und zum Beispiel auf Turm F8, ähm, hat Schwarz einen Bau am Meer. Und wir haben hier unten ziemlich viele Probleme. Also Schwarz steht eher auf Gewinn. Steht nicht eher, sondern steht auf Gewinn. Weil wir nicht wirklich weiterkommen. Ähm. Ähm. Ja. Glück gehabt. Ähm. Obwohl der Gegner nicht so stark war. Aber, ähm, ich finde die Kolle-Zuckertorte, die hat man sehr schön gesehen. Und, ähm, ich bin mir, also ich relativ sicher, wenn ihr die so mit einbaut in euer Repertoire. Und auch das, was ich jetzt in der Analyse noch gesagt habe, dass euch das sehr viel bringen kann. Danke für eure Unterstützung. Für, äh, für Schachmat TV. Ich bin heute ziemlich fertig. Merkt ihr vielleicht, ich bin, äh, bin krank und fliege in zwei Tagen auf ein IM-Turnier in Serbien. Ziemlich aufgeregt. Viel am trainieren. Ähm. Spiel jetzt zum ersten Mal gegen, äh, also. Ich spiele gegen ganz, gegen ein paar, also es ist ein Rundenturnier, neun Runden, ähm, wo man eben, wo das, das perfekte Bedingungen hat, dass man gegen Leute spielt, die stark genug sind, dass man eine IM-Norm bekommen kann. Ähm. Warum mache ich das? Also, klar, ich möchte auf jeden Fall IM werden. Und ich hätte gern starke Gegner und will weiterhin meinen Schach verbessern. Und, ja, hoffe, dass ihr auch davon profitieren könnt. Ich glaube, da werden coole Videos dabei rauskommen. Macht's gut. Und, ciao. Ciao.